Na alle zusammen, hier ist wieder Otsila und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.R.D. unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg in 8 Farben verfügbar und für diesen müssen wir insgesamt 7 Farben für die Mechanokatze X995 sammeln. Eine Farbe hat man ja schon, sobald man sich das Mount einmal craftet. Wie das geht, habe ich in einem anderen Video schon gezeigt, werde ich euch verlinken. Wir steigen jetzt hier direkt bei den Farben ein. Und zwar bei diesen 7 Farben, die wir uns holen müssen, sind die meisten von Rare Mobs. Die könnt ihr einmal am Tag töten, um Loot zu generieren. Alle öfteren Male bekommt ihr quasi kein Loot und dementsprechend kann es ein bisschen dauern, da die Dropchancen nicht sonderlich gut sind. Ihr könnt es leider auch nicht mit mehreren Shards machen, denn das ist ein schargebundener Progress hier bei dem Achievement. Erkennt man immer daran, dass das Achievement hier oben nicht blau ist, so wie zum Beispiel hier der Mount Counter. Wo fangen wir an? Und zwar bei Klotzbronze. Das bekommen wir von einem Elementar und zwar heißt der Rumpelfels, der ist hier hinten auf den Koordinaten 38, 53. Den einfach, wenn er da ist, unboxen und hoffen, dass ihr quasi die Klotzbronze bekommt. Das ist die erste Farbe. Die nächste Farbe, die wir uns angucken, ist Teufels Minzgrün. Und Teufels Minzgrün können wir vom verrückten Trock, beziehungsweise auf Englisch Crazy Trock oder Wahnsinniger Trock, so rum heißt der, und den haben wir hier oben auf den Koordinaten 82, 20. Bei diesem ist es so, dass man ihn erstmal freischalten muss, indem man quasi sich hier eine Farbe holt und dementsprechend ihn dann angreifbar macht, wie das genau funktioniert, kann ich euch sagen. Und zwar, wenn er da ist, ist er erstmal verbündet. Ihr fliegt hin, schaut, was er murmelt. Meistens murmelt er dann irgendeine Farbe, Orange, Blau, Grün. Ihr fliegt quasi hier wieder zu der Station zurück, auf den Koordinaten 63, 41. Holt euch die Farbe, fliegt zu ihm hin. Dann wird er sauer, wenn ihr grün murmelt und ihr grün seid, wird er sauer. Haut euch an und ihr könnt ihn dementsprechend umhauen. Und dann, wenn ihr Glück habt, ja, dementsprechend die Farbe looten. Wie gesagt, die Dropchancen sind nicht sonderlich hoch. Dann haben wir Mechagon Gold. Das ist quasi jetzt die dritte Farbe, die wir uns anschauen werden. Und die droppt von einem Armored Vault Bot, beziehungsweise auf Deutsch heißt der Panzertresor Bot. Und das ist der Bot, der hier oben anfängt rumzulaufen, bei den Koordinaten 57, 47. Und den muss man hier einmal runterkiten bis zu der Station her. Das checken viele Leute immer nicht. Und wenn er hier reinläuft, dann platzt er und man kann ihn einfach looten. Eine Alternative ist natürlich, dass man sich den Schlüssel herstellt. Das Rezept kriegt man, glaube ich, von ihm selbst. Und dann kann man beim Pascal den Schlüssel herstellen, muss ihn nicht mehr kiten, macht ihn einfach auf und fertig ist. Da könnt ihr euch quasi dann dieses Rezept erfarmen. Das nächste, was wir uns angucken, ist Kupferglanz. Das bekommen wir von einem recycelten Sack her. Und wo wir den kriegen, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir müssen nämlich einmal hier in dieses Gebiet reinfliegen, wo die Elite-Mobs sind und die boxen wir um. Sobald wir die umgeboxt haben, bekommen wir verschiedene Items. Und zwar kriegen wir einmal hier Sprungfedern, eine Panzerung, dann gibt es hier auch noch Getriebeteile. Und wenn wir genug von denen haben, von einem brauchen wir 30, 10 und vom anderen 5, können wir die zusammenfügen zu so einem Beutel. Und diesen Beutel können wir hier abgeben. Das sind insgesamt vier so Wiederherstellungsteile. Und wenn wir das machen, kriegen wir quasi einmal einen Sack. Und in dem Sack kann dann die Farbe drin sein, diese Kupferfarbe. Das kann ein paar Säcke dauern. Man kann das hier endlos abgeben, muss halt einfach diese Mobs immer und immer wieder umhauen. Ich würde euch da empfehlen, das Ganze in der Gruppe zu machen. Wenn dann in einer 5-Mann-Gruppe oder in einer 2x4-Gruppe, dann kann man das nur mit noch ein paar mehr Leuten farben. In dem Raid funktioniert es leider nicht, weil ihr euch dann die Mobs gegenseitig weg taggt und die grau wären. Also nicht ganz so gut. Dann die nächste Farbe, die wir einmal haben, ist Limonadenstahl. Und den Limonadenstahl können wir von zwei Mobs bekommen, und zwar vom Scrapper King. Und dann noch von diesem Oxyliger-Biest. Jetzt muss ich gerade mal genau nochmal gucken. Genau, also einmal hier oxidierte Egelbestie heißt die. Die ist hier unten. Und zwar spawnt die nur, wenn ihr hier oben den Richter umhaut, von dem so ein Wetter-Item bekommt. Und dieses Wetter-Item haut ihr hier oben, wo der steht, gibt es eine Wetterstation. Die spawnt, weiß ich nicht, alle halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung. Also die spawnt relativ selten. Und wenn die da ist, muss man die Wettermaschine auf diesen Wetter-Turm einsetzen. Dann fängt es an zu regnen. Und wenn es anfängt zu regnen, korridieren diese ganzen Roboter hier oben. Und zusätzlich spawnen so kleine Blubs, also die sind neutral quasi. Und diese Blubs müsst ihr umhauen. Und wenn ihr genug von diesen Blubs umhaut, dann kommt dieser Rare quasi hier hinten irgendwo, spawnt ihr, und dann könnt ihr ihn umboxen. Ihr könnt natürlich einfach auf den Server hoppen, bis ihr einen Server findet, wo das schon gemacht wurde, wo der Wetter-Turm quasi schon angeschmissen wurde, wo es hier regnet, und einfach den Rare dann triggern und umhauen. Das ist wahrscheinlich die einfache Variante. Oftmals dauert es ein bisschen länger, bis dieser komische Wetter-Turm spawnt. Und das andere, der Scrapper-King, das ist hier der Schrottkönig. Der ist hier oben. Den müsst ihr nicht irgendwie speziell beschwören. Der kann einfach nach einer Zeit da sein, den umboxen. Die beiden Quellen gibt es im Endeffekt. Genau. Dann die nächste Farbe, was wir haben, ist Feuerball-Rot. Und Feuerball-Rot können wir einfach auch wieder durch den wahnsinnigen Trock bekommen. Beziehungsweise durch diese ganzen Kisten, die hier, diese mechanisierten Kisten, die im ganzen Gebiet sind, da kann es auch raus-tropfen. Heißt Crazy Trock, beziehungsweise Wahnsinniger Trock im Deutschen, den solltet ihr auf jeden Fall jeden Tag umhauen und dann noch ein bisschen Kisten farmen. Da kann es auch drin sein. Und das Letzte, was wir noch haben, ist Oberorange. Das war auch das Letzte, was mir gefehlt hat. Und ja, da war ich relativ lang dran an Oberorange. Das kann ich euch sagen. Das war eine längere Geschichte. Und das kann auch wieder von zwei Mobs droppen. Einmal vom wahnsinnigen Trock. Also der hat drei Stück. Und das andere ist von diesem Pilz. Und zwar Fungaria Furor heißt der auf Englisch, beziehungsweise Fungarischer Furor auf Deutsch. Okay, das ist jetzt nicht viel anders. Und dieser kann hier in dem Gebiet oben sein. Und zwar aber nur dann, wenn eine bestimmte World Quest ab ist, wo ihr so Baumstümpfe entfernen müsst. Ihr könnt aber auch zusätzlich dann mit diesem Extra-Button diese Pilze hier anvisieren. und ja, wenn ihr etwa 20, 30, 40 von diesen Pilzen wachsen lässt, da kommen dann immer irgendwelche Mobs raus. Und unter anderem kann dieser Rare auch dabei rauskommen. Und wenn ihr den unboxt, dann habt ihr eine Chance, dass das droppt. Da ist es bei mir auch drin gewesen. Da diese World Quest aber nur alle hui mal ist, ist es ein bisschen blöd. Wie gesagt, es kann auch von dem wahnsinnigen Trock droppen, aber anscheinend von ihm wesentlich schlechter als von diesem Pilz Rare. Und dementsprechend hat das bei mir doch eine Weile gedauert, bis ich das farmen konnte, weil du den leider nicht täglich machen kannst, sondern halt nur, wenn die dementsprechende Daily ab ist. Genau. Das sind die sieben Farben, die wir uns farmen können. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Das war es mit dem kleinen Video-Guide. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.